Musik Herzliches Willkommen da im schönen Vellergarten. Zum 50-Jährigen Jubiläumsfest des WSV Vellergarten. Hinter mir hört man den Musikverein im Zellschau aufspielen. Wir feiern unser 50-Jähriges Jubiläum. Begonnen hat das Ganze mit einer Festmesse. Der Pfarrer Gottfried Wegleitner war da. Die Messe wurde im Vellergarten geführt. Jetzt spielt der Musikverein. Es gibt noch eine Festrede vom Bürgermeister. Ein Auszug aus unserer bewegten Vereinschronik. Und am Nachmittag begleitet uns das Duo Burli aus dem Bregenzer Wald musikalisch. Getreu unserem Motto Sport miteinander erleben. Gibt es natürlich auch Sportliches. In der Halle ein Aktivprogramm vom ASVÖ organisiert. Ein Miteinander. Es gibt gutes Essen und Trinken im Festzelt. Als wie in der Aula eine Kuchen- und Kaffeebar. Und erleben, man hört den Musikverein und die restlichen Programmpunkte wie erwähnt. Und so geht das ganze Verein sehr böse. Wir haben sportliche Highlights im Mittelpunkt. Natürlich mit Fokus auf unserer Jugend. Wir haben Miteinander, wo wir verschiedene Veranstaltungen organisieren. Und natürlich das Gesellige. Das Erleben kommt bis auch nicht zu kurz. Wer interessiert ist, auf unserer Homepage www.wsv-vellengartapp.com gibt es Infos dazu. Es würde mich freuen, wenn wir etwas von euch hören.